Mein Level sollte 65 sein, wenn ich in die Arena gehe, zu den Top 4 oder 60. Deswegen sollte ich eigentlich gegen die ganzen Gegner hier kämpfen. Warum ist da ein Haufen neben Nidoquin? Das ist das Item... Das ist die Route, das ist die Route, das ist die Route, das ist die erste Route, das ist das erste Pokémon auf der Route. Das ist die Route, das ist... Es ist so groß. Es ist so groß. Die Wahrscheinlichkeit liegt bei 2% oder so. What? Nice.